So wurde Robert Geis reich und machte sein Vermögen. Robert Geis ist der Sohn eines Kirmeshausstatters und stieg nach Abschluss der Hauptschule in das Familiengeschäft ein. Bis Robert Geis reich war, dauerte es noch, bis er gemeinsam mit seinem Bruder Michael 1986 die Marke Uncle Sam, die Mode für Bodybuilder herstellt, gegründet hatte. Nachdem er 1994 die Fitnesstrainerin Carmen Schmitz geheiratet hatte, verkauften er und sein Bruder, laut eigener Aussage in der ZDF-Talksendung Markus Lanz. Neun Jahre nach der Gründung 1995 Uncle Sam für rund 140 Millionen DM, rund 70 Millionen Euro, und teilten den Gewinn auf. Robert Geis beziffert sein Vermögen auf 100 Millionen Euro. Wie viel Geld davon noch übrig ist, oft unklar. Robert Geis bezifferte sein Vermögen im November 2022 im OMR-Podcast auf 100 Millionen Euro. Das ist die Rente, das ist die Basis, damit ich auch mit 70 Jahren noch ruhig leben kann, fügte der 59-Jährige hinzu. Rund um Robert und Carmen Geis ist in den vergangenen Jahren ein regelrechtes Firmenimperium entstanden. Insgesamt besteht es aus acht Unternehmen, verstreut über drei Länder. Seit 2011 sind Robert Geis und seine Familie die Hauptdarsteller der bereits 20 Staffeln langen Reality-Show. Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, für die der Sender RTL 2 rund 2,5 Millionen Euro pro Staffel an seine Produktionsfirma Geis TV bezahlt, berichtete. Außerdem kauft, renoviert und verkauft die Familie, laut, bildt, auch Luxusimmobilien. Im Mai 2015 eröffnete Geis in Grimaud bei Saint-Tropes an der Côte d'Azur das Luxushotel Maison Prestige. Sein italienisch klingendes Pseudonym, Roberto Geissini, verwendet Geis nicht nur als Betreiber des Hotels, sondern auch für seine gleichnamige Modemarke. Zudem machte das Ehepaar, wie das Magazin, reisenexklusiv.com, berichtete, Werbung für den Teleshopping-Sender, sonnenklar. TV, und laut, horizont.net, auch für das Unternehmen Verivox, das zur ProSiebenSat einer Media-Gruppe gehört und Vergleichsportale betreibt. Ein Blick in die Bilanzen der vielen Firmen zeichnet bei vielen der Unternehmen aber ein düsteres Bild, wie Recherchen von Business Insider zeigten. Denn sie machen teilweise hohe Millionenverluste. Woran das liegt, wollten die Geissens aber auf Anfrage nicht sagen.